Das Haus der Geschichte in St. Pölten präsentiert 100 Jahre Niederösterreich. Heute vor 55 Jahren wurden die ORF Landesstudios für Niederösterreich, Wien und Burgenland gegründet. Die ORF Landesstudios sind Außenstellen des ORF in den einzelnen Bundesländern. Die Wurzeln sind im Jahr 1954 zu finden, infolge des Übergangs der Sendergruppen Alpenland, Rot-Weiß-Rot und West an den österreichischen Rundfunk. 1967 wurde als Folge eines neuen Rundfunkgesetzes die Ära des sogenannten Kombinats Wien-Niederösterreich-Burgenland beendet und die Eigenständigkeit der einzelnen Studios eingeläutet. Zehn Jahre nach der Etablierung der Landesstudios ergab das Programm für den eigenen Regionalbereich nur zwei Stunden pro Tag. Der Grund war die gemeinsame Sendefrequenz mit den Studios Wien und Burgenland. Das Fernsehen bringt heute täglich um 19 Uhr die von den Landesstudios gestalteten Sendungen Bundesland heute als Nachrichtensendungen. Die von den Landesstudios gestalteten Sendungen spielen auch in den überregionalen Nachrichten- und Magazinsendungen eine wesentliche Rolle. Für die Zeit im Bild werden Beiträge aus dem betreffenden Bundesland meist komplett fertiggeschnitten, übernommen. Der Sitz der Landesstudios ist jeweils in den Landeshauptstädten, ausgenommen vor Allberg, das einen Sitz in Dornbirn hat. Das ORF-Landestudio Niederösterreich in St. Pölten produziert Programm in Radio, Fernsehen und Online für Niederösterreich und erreicht via TV, Radio, Social Media und NOE ORF-AT täglich bis zu einer Million Menschen. 8.400 Stunden Radio-Eigenproduktionen sowie mehr als 12.000 TV-Sendeminuten entstehen jährlich im ORF-Landestudio Niederösterreich. Zum 50-jährigen Bestehen des Landesstudios 2017 wies ORF Niederösterreich-Landesdirektor Norbert Gollinger in seiner Rede auf den Auftrag des Landesstudios für die Zukunft hin, man wolle weiterhin kompetent und umfassend aus allen Regionen des Landes berichten, sowie die Vielfalt und Besonderheiten Niederösterreichs abbilden. Darüber hinaus machen die Landesstudios den ORF unverwechselbar und seinen Brücken zum Publikum, so Gollinger. Seit 1. Januar 2022 ist Robert Ziegler Landesdirektor des ORF Niederösterreich. Das Landesstudio Niederösterreich, geplant von Gustav Peichl und Rudolf Weber, hat seinen Sitz am südwestlichen Ende des Regierungsviertels und zeichnet sich durch eine erhöhte Lage aus. Die umliegenden Grünflächen verleihen dem Gebäude einen objekthaften Charakter. Architektonisches Kernstück des Landesstudios ist der Peichl-Kristall. Der Vollausbau wurde im Herbst 2001 unter Monika Lindner, Generaldirektorin des österreichischen Rundfunks, fertiggestellt. Diesen historischen Rückblick präsentierte Ihnen das Haus der Geschichte in St. Pölten.